Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, heute würde ich gerne... Ja, da drüben, die Expedition starten mit euch. Ja. So, was brauchen wir dafür? Ein wenig Nahrung, ein wenig... Aha, und vollgemeine Larven. So, super. Ja, essen, trinken und dann gehen wir schon rüber. Ja, alles absolut gemein, das ist gut. Sag mal, was wird hier eigentlich mit den gemeinen Dingen produziert? Das, äh, ja. Stoffe? Nö. Nö. Hier, Mutterkind 2. Genau. Aber, haben wir nicht irgendwann mal wirklich genug Mutterkind 2 schon? Oder? Oder? Mutterkind 2. Yeah. Ist doch voll. Super. Wo sind denn noch? Hier, Mutterkind. Mutterkind, Mutterkind. Mutterkind 2. Oh, wow. Okay. Ja, aber an sich ist es jetzt voll. Naja. So, wir schnappen uns Croissants. Eins, zwei, drei. Eines stopfen uns gleich rein. So. Dann schnappen wir uns, äh, Wasser. Eins, zwei, drei. Eines ziehen wir uns gleich rein. So. Und dann ab durch die Mitte. So. Dann haben wir diese Kristalle. Bevor wir diese Kristalle, äh. Springfische. Wir haben eine Türkarte mit. Für den Fighters mal gleich. Wir wollen nur zum Vault, ja. Mehr will ich heute nicht. Ja, wir schauen mal. Oh, da ist das auch. Durch die Raketen, die wir in der vorigen Folge gestartet haben, geht so richtig los. Und das wird noch dauern, befürchte ich. Wow. Ah, okay. So. Okay. Na bitte. Soviel zum Thema. Wir brauchen die Türkarte. So. Da geht's weiter. Moment. Haben wir so ein Leuchtstäbchen mit? Nö. Aber. Genau. Das können wir machen. Indem wir hier. Das droppen. So. Und da gehen wir rein. Bei. Oh ja. Wie schön. 325. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. So. Okay. Okay, da geht's runter. Ich will vorerst noch nicht runter. Da geht's runter. Und schon verlaufen. Und schon vergessen, wo es zurückging. Naja, da geht's runter. Hier geht's runter. Gut. Da geht's runter. Okay, dann haben wir diese Ebene komplett. Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Sehr gut. Jetzt auch noch. Wollen wir da schon? So. Okay, da geht's zurück. Super. So, dann droppen, droppen, vorbei. Wir haben so viel im Inventar. So, da ist der Türdings. Der Türdings. Machen wir das mal. 100, 100, 500. Okay. Hm. Ja, schwierig, 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 schmierig. Komm, wir gehen mal zurück. Und legen mal ab. Ich hoffe. Da ist es. So. Vielleicht doch ein bisschen zu viele Raketen, das letzte Mal. Ah ja. So, Inventar war ohnehin schon relativ voll. Sehr gut. Danke. Okay. So. Da packen wir das, das, das rein. Das passt auch so. Hm. 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 So. Gut. Eher mit ihm. Da, 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 da. Nein, jetzt haben wir die Türöffnungskanne. Ah, okay. Wir hätten auch essen und trinken können, aber mein Gott, wer will da schon. So, in welche Richtung rollten wir? Woe, woe, woe. Woe, woe. Was lernen wir daraus? Vorsichtiger sein mit unendlich vielen Raketen, wobei unendlich viel waren es zehn. So. Gehen wir da mal ein. Sehr gut. Okay. So, da geht es hier wieder raus. Genau. So, da war nur der eine Öffnungsmechanismus. So, dann nehmen wir hier. Geht es da noch runter? Nö, geht es auch nicht runter. Gut. Wir bleiben hier mal rechts. Gehen wir da runter. Okay. Interessant. Neue Baumsamen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, gehen wir rauf. Jetzt sind wir wieder in der Ebene. Die Baumsamen finde ich sehr cool. Okay. Okay. Ich bin wieder in der Ebene. Okay. Ich bin wieder in der Ebene. Kirsten. Ich bin wieder in der Ebene. Jetzt sind wir wieder in der Ebene. gerade rauf und ich glaube jetzt habe ich mich komplett verlaufen aber das ist doch jedes Mal in diesem Praxis, oder? nicht in jedem, aber in fast jedem so aha gut oh ja so, alles rein das kommt raus, das kommt raus das pack mal deinen Kasten falls irgendjemand mal hier herkommt oh wie schön ja super mach mal ein paar Token 5000 waren das gerade super so, das war der letzte ja, aber wie kommen wir jetzt wieder raus? das wird jetzt ein wildes herumgelaufen, glaube ich warte äh, achso dankeschön naja, hilft ja nichts ja, ich bin gespannt ob wir lebendig hier rauskommen nachdem wir Hardcore spielen oh, da waren wir auch noch nicht ich sehe die Herausforderung gut da war aber nichts war'n wir da schon? in dem Gang waren wir doch schon ist das cool so, na dann haben wir hier herrlich geplündert wir essen noch das und das, da hätten wir dann noch Platz gehabt schon wieder oh, noch ein Leuchtkasten noch ein Leuchtkasten das ist ja cool ach schön und wieder zurück die Frage ist gibt's da noch so ein Ding? so, das kommt rein das kommt rein so, soll es sein so, Kristalle nö wir machen wir auch 5000 wieder Wahnsinn so, mitnehmen 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 ne, da, ja, ja die Larve und das Eisen so durchsortieren super von dem haben wir relativ wenig ah so, und er da drüben der nimmt die Leuchtstäbchen der nimmt die Türöffner schön sortieren bam passt passt gut so dann nehmen wir mal den was werfen rein schönes die da ich glaube den Rest können wir gar nicht verkaufen hm so, und was wollen wir haben? wir haben 33.000 wir wollen den Wohnraum mit Kuppel starten das war der Zweck der Geschichte wunderbar so Bakterien können wir ja auch verkaufen Cookies können wir auch verkaufen das ist auch gut ich packe das mal da rein so das da kommt da rein hm ich nehme das mal alles mit also das bleibt da das bleibt da das bleibt da das bleibt da ich möchte jetzt entsorgen was wir da im Inventar haben die Samen lassen wir auch da der Rest kommt in den Müll ja so auf zum Müll das können wir verkaufen das Bier oh gut 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 so so ist es gut so Frosch zu Frosch da ist irgendwo der Super Frosch da ist er ja so Stäbchen werden wir in den Kapseln packen und da die Frage welche Stäbchen aber wir fangen mal an mit denen hier die so ach Das ist schön Wir können ja nochmal reingehen. So, da ist alles gut. Dann haben wir hier noch ein paar. Machen wir da nochmal. Ja, komm, wir machen da nochmal. So, jetzt ist es ja wesentlich heller. Wir schauen noch ins andere Wraxe. So, wo? Anderes Wraxe ist gut. Ah, wir fliegen da mal im Kreis. Vielleicht finden wir auch außen ein paar Kisten noch. Ah, eine schöne Sache. Schönes Ding, du. Genau hier. Bam. Ah, sogar mit Kristallen. Ding, 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 ding. Wunderbar. Wunderbar. So, und das war aber das Wraxe, in dem wir drinnen waren. Sag ich mal so. Ja, da waren wir. Gut. Jetzt schauen wir, ob wir noch ein Wraxe finden. Entlang der Wand. So ein kleines Mini-Wraxe. Oder ein paar Kisten. Oh, schön, wie drei Kristallen wieder. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben den Vault gefunden. Dann passt das jetzt so. Wir schauen, dass wir hier noch das Ding draufsetzen. Dann werden wir ein paar von den Kästen bauen. So, grüner Hammer, lila Hammer. Oh yeah, schön. Nur die gelben fehlen uns irgendwie noch. Komm, die lösen wir auch. Und so. Da haben wir noch Essen. Space Magnat. Gerade eine Steam-Errungenschaft der alten. Space Magnat. Das ist doch sicher Container. Oder Poissar. Ja, das ist Poissar-Quarz. Oder Poissar. Oh. Da kann man nicht hin, gut. Da kann man auch nicht hin. So. Wer hätte gedacht, dass wir mal so intensiv nach gemeinen Larven suchen. Super. Ich würde sagen, es ist gut. So, wenn die zurückkommen, bauen wir mal die Wohnkuppel. Ich habe mir nämlich überlegt, hier fängt es langsam an, ein wenig zu lecken. Also ist schon okay alles so, aber vielleicht sollte man einen Teil der Produktion eben auslagern. So, da haben wir das. Wir haben zwei neue Mikrochips. Nein, hier, ja. Lightbox Medium, super. So, und die andere ist keine Lichtbox, sondern normale Mikrochip. Ja. Dann haben wir hier, auf zum Müll, dafür kriegen wir auch Geld. Ach so, die bringt ja auch was. Das behalten wir uns auf jeden Fall, das ist Müll. So, dann, was weiß ich, Irridium. Ja. Ach so, die sind noch gar nicht da. Oh, so weit, so klar. Ach, schade. Na ja. Irgendwann werden sie doch wiederkommen. In 200. Na klar. Na klar. So. Dann werfen wir die Irridiumstäbchen inzwischen. Wike. Irridium. Bam. So, dann haben wir einmal Uran. Bam. Dann haben wir hier Pulsar. Ist voll. Das ist toll. So. Die Pflanze, die Null, ne? Bring mal rauf. So, ich glaube nämlich, dass Leg technisch es besser wird. Wenn wir einige Produktionen auslagern. So, ich werfe das trotzdem da rein. Pulsarquartz werfe ich jetzt auch da rein. Einfach weil es geht. So. Dann Wasser. Einmal noch mitnehmen. So, was brauchen wir? Wir brauchen Leiterplatten und zwei Bommel. So, Leiterplatten. Eins, zwei, drei, vier. Oh ja, fünf, sechs, sieben, acht. Super. Nicht mitgezählt. So, fünf, sechs Stück. So, super. Dann zwölf Bommel. Sehr cool. Was ist das wieder für einer? Esmium, oder? Esmium. Esmium. So, einer noch. Einer noch. Wunderbar. Wunderbar. So, wir können zwei noch bauen. Machen wir nochmal da hier. Dann der zweite. Jawohl. So. Zwei fehlen noch. Die würde ich gerne noch da dazu bauen. Einfach so, wie es geht. Das heißt, zwei Leiterplatten. Wenn wir überhaupt noch welche haben. So, Leiterplatten, Leiterplatten. Eins, zwei. Und vier Bommel. Eins, zwei, drei, vier. Die haben wir da. Und hier noch einmal. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Ah, was Gemeines. So, da haben wir die Kristalle. Das ist gut. Aber, ähm. Quasar, Pulsar, Beisar, Magnetar. So, ich hätte nämlich gerne, dass wir die automatisiert ausgeräumt bekommen. So, zum Beispiel. Text ändern. Leuchtstäbe. Leuchtstäbe. So, Leuchtstäbe. Dann da rein. Und hier, ähm, Nachfrage, Leuchtstäbe. So. Bam. Yeah. So, Türöffner. Wasser. So. Und Wasser. So. Ähm, die anderen Sachen lassen wir einfach drinnen. So. Und hier, Wasser. Und hier, Wasser. Wasser. Und hier, Wasser. Wasser, Croissant. So, und da hätte ich auch gesagt, Nachfrage, äh, finde ich nicht. Doch, hier, ja. Und hier, Nachfrage, Wasser. Yeah. Türöffner, Nachfrage, Türöffner. Bam. Hier, Nachfrage, Leuchtmittel. So, das esse ich mal auf. Was ist denn jetzt hier? Wow. Okay. Okay. So. Was haben wir da noch drin? In dem da. Alles raus. Da sind die Kristalle drin. Das haben wir dann ein bisschen umschlichten. So. Wasser ist voll. Das ist super. So. Türöffner rein. Leuchtmittel rein. So, dann haben wir hier die diversen Quarzer. Der ist ja jetzt leer. Das ist gut. Nein. So. Löst dich mal auf. Wunderbar. So. Dann haben wir die hier. Da würde ich sagen, so. Pulsar. Pulsar. Nachfrage. Nachfrage. Pulsar. Nachfrage. Pulsar. Hier. Hier. Als nächstes haben wir Nachfrage. Neben Pulsar kommt du bei Saar. Hier. Nachfrage bei Saar. Quasar. Ja. Dann haben wir hier Nachfrage Quasar. Gibt's keinen. Quasar. 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 Na jetzt aber. Quasar. Ich hab mal den mit. Wir werden's gleich sehen. Quasar. Völlig falsch geschrieben. Quasar. So. Quasar. So. Und dann haben wir Nachfrage Quasar natürlich. Ja. Und dann haben wir hier Nachfrage. Magnetar. Magnetar. Alle rein. Magnetar. Ja. So. Dann machen wir gleich noch einen. Den hier. So. Und das. Habe ich vergessen. Das war der gelbe. Der gelbe. Nachfrage der gelbe. Das ist Sonnenquarz. Genau. Super. Sonnen. Quarz. Sehr gut. So. Dann stellen wir mal da hier. Der ist jetzt. Nein. Nicht ganz leer. So. Das füllen wir da mal ein. Wir haben Pursar. Dann haben wir Quasar. Nein. Quasar. Ist das? Magnetar. Das ist der Quasar. Jawoll. So. Die zwei noch raus. Dann löschen. Weil ich hätte schon gerne hier noch einen. Da. Und hier machen wir Angebot der Angebot der Angebot der Angebot der Angebot der Angebot. Was haben wir da auch? Türöffner. Angebot. Leuchtmittel. Das könnte man auch jetzt reingeben. Hm. Ja. Passt eigentlich so. Vorerst mal. Ja. Token können wir nicht transportieren lassen. Das ist okay. So. Wenn ich die beiden jetzt da reingebe. So. Da. Bitte. Jawoll. Super. So. Ich lege mal die gemeine Larve für später rein. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. So. Gehen wir nochmal durchs Portal. Einfach so, wie es geht. Nö. Ich würde gerne jetzt endlich diese Wohnkuppel draufsetzen. Das ist keine Wohnkuppel. Aber wir haben sie ja noch nicht. Wir müssen sie ja erst abholen. So. Jawoll. Dafür kriegst du ein Cookie. Gut gemacht. Kriegst du ein Cookie. So. Dann ja. Jawoll. Aha. Ösmium. Super. So. Passt doch so. Ja. Dann machen wir das mal. Herein mit uns. Dann machen wir mal Ideen. Beim Wohnraum mit Kuppel. Das ist der da. Drei Eisen. Drei Kobalt. So. D, D, D. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und drei Kobalt. 1, 2, 3. So. Die Würmer bringe ich wieder nach oben. Einfach weil es geht. Das müssen wir auch mal umbauen. Oder? Ja schon. Ja schon. So. Und dann bauen wir uns da schon eine Kobbel drauf. Kobbel drauf. So. Kobbel. Aber wo setzen wir die drauf? Schön. Gehört die drauf gesetzt. Stellen wir uns mal aufs Portal. So. Kobbel. Oh. Ist das cool. Geht das so? Nö. Eigentlich nicht. So wird es gehen. Schau mal rein. Nö. So schief versetzt. Das gefällt mir nicht. Nö. Das muss weg. So. Nochmal. Aufs Partei. Ah, da oben liegt auch Esmir. So. Vielleicht geht das gar nicht. Das snappt überhaupt nicht auf dem. Da hätte es gesnappt. Ja. Nach hinten wird es snappen. Ja super. Da wird es dran snappen. Oh. Oh. Da habe ich eine Idee. Das werden wir machen. Wir brauchen. Das da. Zwei Titanen. Wir brauchen vier Eisen. Ja. Meine Lieben. Wir nähern uns auch dem Ende der Folge schon. Mit großen Schritten. So. Vier mal Eisen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei mal Titan. Noch ein Titan. Ein Silizium. Ein Eisen. So wollen wir das haben. So. Dann schauen wir mal. Sehr cool. Das ist doch gut. So. Dann bauen wir da vier Türen ein. Das machen wir. Vier Türen einbauen. Türen einbauen. Türen einbauen. Türen einbauen. Türen einbauen. Das heißt wir brauchen vier. Zwei Titanen und vier Silizium. Eins, zwei, drei, vier. Und zwei Titanen noch. Eins, zwei. Yeah. Und dann können wir da auch Gärten und sowas anlegen. Ja. Türen. Vier Türen. Damit wir in jede Richtung raus können. Das werden wir natürlich nicht. Aber wir haben die Möglichkeit. So. Schöner Wohnraum. Da machen wir da Garten. Was auch immer. Sehr cool. Wahrscheinlich Croissant. Keiner weiß es. So. Und hier haben wir. Ja. Da. Das bringen wir aber gleich weg. So. Der Wohntraum. Ein Wohnraum. Meine Lieben. Das war es für die heutige Folge. Wir sehen uns wieder. Überwarn. Bis dann. Tschüss.